Wir wollen keinen Artig der 30! 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 Ich bin die Black Barn Owl LP, aka Blackie, aka einer der Bots, welche die Petitionen gegen Artikel 13 unterschrieben haben. Guten Tag! Da ich nicht wirklich viel Zeit habe für dieses Video, würde ich einfach nur den Punkt besprechen, der mich am meisten an der ganzen Sache mit Artikel 13 nervt. Und zwar ist es dieser, dass es sich bei Artikel 13 um Leute handelt, die meinen, über etwas entscheiden zu müssen, mit dem sie ohne ihre Kinder oder auch Enkelkinder gar nicht klarkommen würden. Es sind halt wirklich 50-, 60-, 70-jährige Leute da im Spiel, die wirklich hier über unser Internet entscheiden wollen und das wirklich zensieren wollen, denn es ist Zensur, ohne auch nur einen von uns zu fragen und dass wir von ihnen dann einfach als Bots abgestempelt werden. Und dass unsere Demos auch nicht wirklich ernst genommen werden und dass sie versuchen, den so schnell wie möglich durchzudrücken einfach, es ist einfach nicht gerecht, dass sie gar nicht auf uns reagieren, gar nicht nach unserer Meinung fragen, obwohl wir eigentlich am meisten mit dem Internet und mit dieser ganzen Sache zu tun haben und dass sie eigentlich nichts mit der Sache zu tun haben. Also, als kleines Schlusswort, da meine Zeit schon fast wieder um ist, sag ich einfach nur die Idee von Artikel 13, Urheberrecht schützen? Ja. Zensur? Vor allem der Meinungsfreiheit im Internet? Nein, keine gute Idee. Zensur? 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 ali zensur? Ich weiß nicht, dass wir ganz klar machen, wir das monitors einstellen existieren. NET